Musik Moin moin und herzlich willkommen liebe Leute. Ich bin die Zementmitte, die erstmal wieder Play drückt. Und dann begrüße ich euch recht herzlich zurück zur Achievement Hunt Staffel 2 von Banished. War das jetzt richtig? Jo, zur Achievement Hunt Staffel 2 von Banished. Ja, auf jeden Fall begrüße ich euch recht herzlich zurück. So, wir haben gerade, als ihr reinkommt, hier oben ein Haus fertiggestellt. Das ist doch schon ganz schön. Und ja, dann wollen wir mal gucken, was wir diese Folge so alles machen. Und wir haben immer noch keine Reserve of Firewood. Ja, weil wir die ganze Zeit unsere Loks ausgeben und wir da nicht in die Pötte kommen. So, wir haben derzeit Bilder über. Wir haben das letzte Mal ein bisschen weiter geplant. Dann haben wir im Blick, dass wir hier eine Art Steinbruchssiedlung hinbauen. Hier Häuserhütten dafür bauen. Und dieser Marktplatz für diese Häuserhütten, Häuserhütten ist ein schönes Wort, auch noch genügen soll. Dafür müssen wir erstmal noch ein bisschen mehr Nahrungsnachschub sicherstellen. Das heißt, wir werden erstmal hier unten eine Leiter ausbauen und werden auch hier oben noch ein bisschen ausbauen. Expandieren. Die, denen ist kalt, weil sie kein Firewood haben, was vor allem nicht, dass das Haus gerade erst fertig geworden ist. Und die Firewood Reserves hier unten dann schon relativ eng sind. Das soll sich aber hoffentlich im Laufe des Winters noch erledigen. So. Haben die hier oben irgendwo einen Stockpile? Ja, da. Okay, alles gut. Der Hunter hier oben hat natürlich keine Storagebahn. Das ist doof. Aber ist halt ungezündig. Ich kann halt nicht jedem Hunter eine Storagebahn bauen. Storagebahn bauen. Schönes, schöner Satz. Einfach, weil dann wieder die Leute nicht mehr arbeiten können. Aber da oben kommt irgendwann nochmal eine Storagebahn hin. Ich weiß nur noch nicht genau wann und wo. Und dann irgendwo hier vielleicht. Und dann bauen wir hier vielleicht nochmal entsprechend einen Menschen, der sie auch gebrauchen kann. Ich will mal irgendwas gucken. Hier kommt man nirgendwo drüber. Okay, gut. Schade. Ich dachte, hier wäre vielleicht eine kleine Lücke zwischen den Hügeln. Hm. Ja, was kann man mit dem Land hier oben sonst anfangen? Hier kann man nochmal was machen. Dann müsste man hier einen Tunnel irgendwie durchbauen oder so. Mal gucken. Oder vielleicht hier. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Und erst mal zusehen, dass hier genug Wohnplätze für diese Arbeitsstellen sind. So. Das letzte Mal habe ich noch über einen Hip-Hop-Song geredet. Nämlich über die Leute. Ich habe ganz kurz dazwischen mir die Zeit genommen, um nochmal nachzuforschen. Das war nicht, wie ich fälschlicherweise behaupte habe, das fette Brot. Sondern das war 5 Sterne Deluxe, liebe Leute. Also alle Hip-Hop-Fans, die in der letzten Folge die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Mea culpa. Ich bin auch nur ein Mensch. Und gerade im Bereich des Hip-Hops ist mein Wissen und meine Kenntnis jetzt auch nicht die aller allerbeste. Hip-Hop ist mir aber in dem Rahmen auch aufgefallen. Das ist ein nettes Thema, über das ich ganz kurz mit euch schnacken wollte. Und wo ich mir gedacht habe, Mensch, das gibt nochmal ein bisschen was her für eine Folge, wo man mal ein bisschen drüber reden kann. Und das wollen wir dann heute doch mal nachrollen. Während wir hier ganz wild viele Steine einsammeln lassen. Und ich würde sagen, ich finde es eigentlich ganz schön mit den Bäumen hier unten. Ich möchte das auch so ungern so kaputt machen, wie es da ist. Aber wir müssen so langsam aber sicher mal ein bisschen an Loks-Nachschub kreieren. Und das geht nur, indem unsere Forrester hier mehr werden. Und das geht nur, indem wir hier oben noch mehr Hütten hinpflanzen, damit die nicht so hinplampfen, damit die hier nicht weiter bauen können. Nun gut, nichtsdestotrotz, also Thema Hip-Hop habe ich gesagt, würde ich gerne ein paar Worte zu verlieren. Haha, Ente und Hip-Hop. Oder generell vielleicht eben in dem Rahmen das Thema Musik anschneidend. Es ist ja schon so, dass Hip-Hop, glaube ich, eine der Musikrichtungen ist, die zumindest in Deutschland einige interessante Änderungen durchgemacht hat. In den letzten Jahren. Und ich bin, ich persönlich bin ein Mensch, der sehr viel Musik generell als Musik eben mag und hört. Und deswegen da auch viele, viele verschiedene Sachen und Geschmacksrichtungen hat. Also ich bin nicht festgelegt auf die eine Musikrichtung, das dann die eine Art ist, die ich gerne höre. Und damit ist es basta. Nee, ich höre sehr, sehr viele verschiedene Sachen sehr gerne. Und bin da auch sehr, sehr flexibel in meinen Ansichten. Zugegebenermaßen, Sachen, wo E-Gitarren drin vorkommen, sind Sachen, bei denen ich mich meistens etwas schneller hingezogen fühle als andere Sachen. Aber das ist jetzt keine zwingende Voraussetzung. Hip-Hop hingegen ist so ein Beispiel. Wenn mich Leute fragen, welche Musik magst du wenig oder gar nicht hören, dann wird in meiner Aufzählung unter anderem Hip-Hop eine der drei Musikrichtungen sein, die da relativ früh auftaucht. Und das ist eigentlich eine ganz witzige Aussage, denn die kann ich pauschal so eigentlich gar nicht stehen lassen. Tatsächlich geht mir auf die Eier, dass der aktuelle Stand von Hip-Hop so ein, dieses, dieses, ja, Ghetto-Rap-Zeug ist. Mit den ganzen Titan-Gangstern, die alle zeigen, wie cool sie doch sind und wie toll sie hart sind und was sie alles an Sachen können und bla bla bla. Und das ist ja so die eine Seite der Medaille, die aktuell eben die, ich sag mal, akzeptierte Medaille ist. Oder Seite der Medaille ist, nicht die akzeptierte Medaille, aber die akzeptierte Seite der Medaille. Und wenn man sich halt die Entwicklung des Hip-Hops anguckt, ich bin ja nun auch nicht mehr, nicht erst gestern geboren, ist das ganz interessant. Denn guckt man sich die ersten Bands an, die in Deutschland Hip-Hop auch groß gemacht hat oder die Art und Weise, wie Hip-Hop groß wurde, dann sind das halt so Bands wie zum Beispiel die Fanta 4, die mit guter Stimmung und lustigen Texten und lustigen, teilweise trotzdem auch sehr nachdenklichen Texten, diese ganze Musikrichtung groß gemacht haben. Also jeder von euch kennt wahrscheinlich Songs wie Dida und vielleicht auch noch so Sachen wie Zu geil für diese Welt oder so. Da steckt natürlich auch noch ein bisschen Philosophie und Weisheit so mit drin, wenn man möchte. Und ja, das sind so Songs, die hatten einfach einen good vibe, eine positive Vibration. Die waren von der Einstellung her positiv und cool und hip und haben Spaß gemacht, da zuzuhören und so. Und das war einfach, ja einfach generell ist das eine gute Stimmung, wenn man den Leuten, bei der so Musik zuhören konnte, die da vermittelt wird, ganz im Gegenteil eben, zu diesem ganzen modernen Ey, yo, Digga, in meinem Block, da wohnen die dicksten Bitches und so, weißt du, und kommst du in meinen Block mit meinen Bitches, dann haue ich dir auf den dicken Po, yo, Sachen. Und ich finde das eigentlich ganz, ganz, ja einfach ganz witzig, wie weit der Inhalt dieser Musik, gar nicht mal die Musik musikalisch, so richtig viel geändert hat sich ja nicht. Die Leute machen immer noch mehr Sprechgesang und im Hintergrund gibt es so ein bisschen Hintergrundmusik, die nicht so wirklich relevant ist. Klar, bei diesen Ghetto-Raps ist sie ein bisschen dunkler und düsterer angehaucht, als bei den lustigen Mid-Five-Liedern wie die da. Aber ich finde es halt ganz witzig, dass eben zu der Zeit damals sehr viel Hip-Hop, ich sag mal, spaßbasiert war und ich heute das Gefühl habe, der einzige Hip-Hop, der zumindest im Radio gespielt wird, ich kenne mich da nicht so mit der gesamten Szene aus, ich denke mal, die Szene hat mehr zu bieten, als das, was man im Radio hören kann. Wenn ich mir das halt so anhöre, dann denke ich jedes Mal so, naja, ist ja alles schön, dass du da deine Bitches im Hut hast, aber das sind so Sachen, die brauche ich mir nicht antun. Und gerade auch so diese Raps, die zu 90% nur daraus bestehen, dass Leute sich beleidigen und sowas, das mag ich mir gar nicht geben. Und ich verstehe auch nicht, was man daran so richtig cool finden kann, das ist nicht so meins. Und das finde ich, wie gesagt, also unheimlich interessant, weil man eben überlegt, wo zumindest in Deutschland der Hip-Hop sozusagen herkommt und was da damals, damals wie heute eben so, wenn wir das Donnerhaus da oben, das nicht weiterkommt, auch noch eins dazu. Da haben wir hier sechs, da brauchen wir drei, sieben insgesamt. Na ja, gut, einer kann dort wohl auch nochmal laufen. Okay, also es ist also insofern ganz, ganz witzig, einfach das zu sehen, finde ich. Und ich finde es auch schade, dass dieser, ich sage jetzt einfach mal Happy Hip-Hop, Happy Hip-Hop, yo, go, mach den Happy Hip-Hop, yeah, yeah, dass der so ein bisschen ausgestorben ist, der wird ja kaum noch gemacht. Also ich meine, es gibt immer noch bestimmte Bands, die da draußen das machen und es gibt ja auch immer wieder in den letzten Jahren immer mal wieder Songs, die dann da so reinpassen. Wobei, wenn man darüber nachdenkt, also so Sachen wie Emanuela ist auch schon wieder eine ganze Ecke her. Das ist ja auch mehr so ein, ja, Groove mit und singen mit und habe einfach generell eine positive Stimmung, auch wenn es irgendwie vom Song her eben so ein bisschen was anderes ist. Song und, aber das stirbt ja irgendwie aus und wird zumindest im Radio ja überhaupt nicht mehr als relevant gezeigt. Also diese Songs hört man ja irgendwie draußen in der Welt gar nicht mehr. und das finde ich, ähm, das finde ich halt total seltsam, total, ähm, schade eben auch. Also weil ich, erstens, das sind Hip-Hop-Songs, auf die gehe ich voll ab. Also sehr viele von den älteren, auch von den neueren, aber von den älteren Fanta 4 Sachen finde ich total super und total gut. Und, ähm, gerade so deutscher Sprechgesang mit positiver Grundstimmung finde ich total gut. Und, habe ich auch total Bock drauf. Und, ähm, würde ich mir auch viel mehr geben. Und ich würde, glaube ich, nicht so schnell sagen, ja, Hip-Hop höre ich nicht so gerne, wenn nicht diese vorherrschende Stimmung so eine Bad-Guy-Welt-Hass-Mein-Ghetto-Ist-Scheiße-Alles-Ist-Scheiße-Alles-Ist-Scheiße-Die-Welt-Geht-Unter-Rap-Wäre, weil irgendwie, weiß ich nicht, äh, da komme ich nicht so mit klar. Ne? Und, ähm, insofern wäre es, äh, finde ich das halt schade. Und ich hätte es gerne lieber mit ein bisschen mehr Friede, Freude, Sonnenkuchen. Sonnenkuchen? Friede, Freude, Sonnenschein, Eierkuchen und so weiter. Das hätte ich viel lieber und da würde ich mich auch viel mehr freiwillig mit identifizieren. Aber, soll im Moment nicht sein. Naja. So, genug über Musikrichtungen geredet. Jetzt werde ich wahrscheinlich hunderte von Kommentaren in den, äh, äh, bekommen und wo da drinstehen, Oh, Alter! Wie kannst du es wagen, den Hip-Hop zu dissen? Der Hip-Hop-Dick wird nicht gedisst, der Hip-Hop disst höchstens selbst und dann disst der Hip-Hop dich jetzt mal zurück. Hier hast du den Hip-Hop, disst, disst da. Ähm, ja, ähm, versteht mich nicht falsch. Ich bin kein, kein, äh, kein, ähm, nur weil ich sage, ich habe eine Meinung zu einer Sache, nämlich diese Meinung XY, die ich gerade beschrieben habe. Heißt das ja nicht, dass ich deswegen anderer Leute Meinung, ähm, dissen muss. Ganz im Gegenteil. Ich habe überhaupt keinen Stress mit Leuten, die sich Ghetto-Hip-Hop antun. Ghetto-Hip-Hop bitte jetzt nicht als negatives Wert, sondern ich will nur, äh, das, was ich vorhin erklärt habe, also den positiven, den Happy-Hip-Hop trennen von dem Hip-Hop, der auf, äh, darauf beruht, dass man 90% des Textes mit, äh, Schimpfwörtern füllt, äh, füllt und, äh, irgendwelche Beleidigungen sagen kann. Ähm, und insofern, äh, will ich da nur eine Trennung finden. Deswegen gibt es jetzt, äh, offiziell von mir auf, äh, aufgemachtes Fass eine, eine, eines Ghetto-Hip-Hops gegenüber eines, äh, Happy-Hip-Hops. Das ist nicht, äh, um den, den anderen, die andere Art von Hip-Hop zu dissen, sondern einfach nur, weil's, äh, beschreibender ist, als Wort. Nun gut, so, ähm, also, diesen, diesen, diese Leute, die Ghetto-Hip-Hop hören und das gut finden, dürfen das ja gerne machen. Ich meine, äh, hab ich ja auch keinen Stress mit, aber jedem, jedem soll sein Ding, ne? Ähm, ihr müsst euch deswegen bitte jetzt also nicht angegriffen fühlen, das könnt ihr gerne machen. Ich verstehe es nur nicht und für mich ist es halt schade, dass diese anderen Hip-Hop-Richtungen so ein bisschen verloren gegangen sind. Und ich weiß, die gibt es da draußen noch und ich weiß, es gibt auch immer wieder ein paar Beispiele für Bands, die es machen, aber das sind halt auch Bands, die eh überhaupt nicht mehr irgendwie, ähm, irgendwie großartig den, den Fame gebucht haben und das auch gar nicht mehr können, also vom Fame her, weil es einfach mittlerweile zu viel von den anderen gibt und die erfolgreich genug sind. Das muss man dann mal so sehen. Achso, hier sind zwei Fische eingezogen, alles gut, okay. Mhm. Hier wohnen 24, 24, 4, 4, 4, 2, also brauchen wir hier auch noch mehr Häuser erstmal. Ähm, kurz mal meine Reserves gucken, lassen wir jetzt gerade mal sein mit dem Bauen, weil wir dann schon wieder zu viel Ressourcen an Firewood verschwenden und das wollen wir nicht, ne? Wir haben auch mittlerweile eine ganz ordentliche Bürgerzahl, wir sind immerhin schon bei 68 Bürgern, ja, das ist doch ganz ordentlich. Und auch das, äh, nicht educated Achievement scheint bisher keine Probleme zu bereiten, wenn man eben vorsichtig expandiert und immer drauf aufpasst, dass seine Nahrung nicht alle geht. Und auch mit, äh, Tools und Clothes sind wir ganz ordentlich dabei, wobei der Clothes-Nachschub noch am schwierigsten ist, was aber auch daran liegt, dass, während wir Iron im Notfall nochmal aus der Nähe irgendwo kriegen für den, äh, guten Blacksmith, müssen wir die, äh, Clothes immer von sehr weit weg, äh, also das Leder immer von sehr weit weg ranholen. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Ich hab auch so langsam die, ähm, das Bedürfnis mal nicht an ein etwas teureres Gebäude zu wagen, aber müssen wir mal gucken. So. Ähm, um nochmal ganz kurz auf das Thema von gerade zurückzukommen, mein Firewood ist nämlich low, yo, Firewood is low, yo. Ähm, es gibt immer noch ein paar Bands, die das da draußen, äh, auch groß zelebrieren, die Fantastischen Vier, machen immer noch coole Musik und machen auch immer noch coolen Rap, ähm, mit nicht immer fröhlicher Message, aber zumindestens nicht mit so einer, ähm, ich sag mal, so einem Song, der Hass mit in sich trägt, sozusagen, so. Das, äh, das ist, glaube ich, vielleicht die, die Message, die ich überbringen will. Hip-Hop muss nicht unbedingt lustig sein, aber Hip-Hop sollte nicht irgendwie gewaltverherrlichen, beleidigend oder sowas sein, weil das, nichts auf der Welt sollte gewaltverherrlichen und beleidigend sein müssen, um hip oder cool zu sein. Das ist so, äh, der Essenz. Es gibt aber immer noch genug Bands, die das auch machen. Ähm, ein schönes Beispiel, äh, wer sie übrigens nicht kennt, deutscher Sprechgesang an sich, äh, mit den Wise Guys, ist ja sehr, sehr coole Band, und die haben eine, eine Fun-Auskopplung mit zwei ihrer Jungs gemacht, die dann so auf, ansatzweise Rap-Ebene runtergegangen sind, und das nennt sich Aggro-Hürt. Die haben auch eine eigene CD rausgebracht, äh, äh, extrem, so eine Mini-CD, ne? Keine vollwertige, sondern so eine EP, sagt man da heutzutage, glaube ich, zu, also so eine CD, wo irgendwie nur so fünf, sechs Songs drauf sind, aber auf jeden Fall trotzdem eine coole Nummer und kann man sich auf jeden Fall geben. Und insofern, äh, kann ich das für die Leute, die da ähnlich denken, wie ich, nur empfehlen, äh, hört mal in die CD von Aggro-Hürt rein, wenn euch, wenn euch auch die gute Happy-Hip-Hop-Branche fehlt. Sag ich jetzt einfach so. Nö? Und wie gesagt, es gibt also auch noch genug Bands, die das sicherlich, ähm, erst hat. Kann ich hier gerade soeben keine Dings drum bauen? Ups, wie uncool. Dann machen wir es aber so, denn ich glaube, meine Bürger werden das eine Feld da sowieso lang gehen, so wie ich sie kenne. So, ähm, und es gibt also wie gesagt auch noch genug andere Bands, die das Ganze, ähm, technisch gesehen wahrscheinlich noch machen. Und wenn ihr noch so ein paar solcher Bands übrigens kennt, dann bin ich auch dankbar, wenn ihr mir dazu ein paar Kommentare in die, äh, Kommentare in die Kommentare schreibt. Äh, ich bin immer auf der Suche nach cooler, neuer Mucke. Äh, für mich kann es auf der Welt nicht genug Musik geben. Und, äh, insofern, ähm, könnt ihr da gerne Sachen in die Kommentare schreiben. Ich höre es mir dann mal an und wenn was Cooles dabei ist, dann bedanke ich mich jetzt schon mal im Voraus dafür, für denjenigen, der sie reingeschrieben hat. Nö? So ist es. Aber kommt mir bitte nicht mit, äh, Bushido und Co. Das muss auch nicht sein. Die Kollegen sind nämlich, äh, genau das, was ich meine. Und genau das, was, äh, meines Erachtens nach, äh, nicht so schön ist an dieser Musikrichtung. So. Jetzt gucken wir mal auf unsere Ressourcen. Steine haben wir eine Menge, Eisen haben wir auch eine Menge. Holz und Holzkohle ist das, woran es uns mangelt. Äh, Holz und, äh, Feuerwood, nicht Holzkohle. Feuerwood vor allen Dingen. Feuerwood ist gut. Und ich denke, wenn es uns an Feuerwood mangelt, dann können wir noch mal hier in diesem Bereich so einen Forrester setzen. Denn, obwohl vielleicht auch noch ein bisschen weiter rüber, ich möchte gerne den Regen noch so ein bisschen auf diese Seite kriegen. So, dann kostet mich das zwar wieder Fläche hier. Das ist das Einzige, was meine Leute gerade zu tun haben, zu bauen. Das ist ja eher erschreckend. Erschreckend. Ähm, kostet mich dann wieder ein bisschen Fläche für die Gatherer hier, aber es wird wohl überlebbar sein und dafür haben wir hier noch mal mehr Wald, als abgeholzt werden kann. So. Ne? Ja, und während ich die ganze Zeit also vor mich hin gerundet habe, da hat meine Stadt auch schon ein bisschen Entwicklung gemacht. Wir haben hier schon mal eine Wegstrecke der arbeitet zu diesen Gebieten hier. Werden schon mal hier, glaube ich hier ja, hier einen größeren Stockpile anlegen. Denn die Stone Masons, die da arbeiten, werden den brauchen. Und auch die Miene wird man einen eigenen Stockpile kriegen, denn der wird auch wohl gebraucht werden. Hier, wie gesagt, wird ein kleines Stadtzentrum entstehen. Irgendwann in den nächsten Folgen mit einem Blick auf die Uhr nicht mehr heute, nicht mehr jetzt. Und dann gucken wir mal. Aber jetzt warte ich gerade erst mal, denn wir brauchen dringendst mehr Loks und das kann es im Moment echt nicht sein, wie viele Loks wir verbraten. Ich meine, wir expandieren permanent, dann ist auch kein Wunder. Und zumindest ist diese Forrester hier oben müssen noch immer Stones und Loks mit abbasteln, Stones und Iron. Insofern sind die natürlich ein bisschen ineffizienter. Wir gucken mal mit dem Wegetool nochmal alles Mögliche ab. Der hat direkt seine Einwohner hier, der hat seine Einwohner direkt hier und die wohnen nirgendwo, alles klar. Der hat seine Einwohner hier, der hat seine Einwohner hier, der hat seine Einwohner da und da, alles gut, okay. Die wohnen alle da, alles gut, alles gut. Die wohnen wahrscheinlich alle hier, jawohl. Die wohnen hier, sehr gut. Hier, sehr gut, hier. Naja, nicht sehr gut, aber okay, wahrscheinlich, weil genau der hier wohnt. Oh, die Forrester Lodge ging aber fix, fix mit Y, mit Y. Wir haben auch genug Glaber, um die gleich alle reinzustellen. Müssen wir gucken, dass das mit den Häusern nachher passt. Und was haben wir hier an Wege, Wegerouten, liebe Spiel, alles gleich um die Ecke, alles gleich um die Ecke, alles gut, okay. Ja, das sieht doch gut aus. Routentechnisch habe ich das scheinbar gut geplant. Muss ich mir jetzt mal lobend selber auf die Schulter klopfen. Bis jetzt scheint das alles ganz gut zu sein. Es läuft ja auch alles. Ich meine, wir haben immerhin schon eine gute Menge Bürger, so viele wie wir in der letzten Achievement Hand am Ende tatsächlich lange, lange Zeit gehalten haben, so ungefähr. Und, solange jetzt keine großen Katastrophen passieren, sehe ich im Moment erstmal positiv in die nächsten Folgen. Wir müssen noch eine Menge expandieren. Wir müssen ja eine bestimmte Einwohnerzahl erreichen in dieser Achievement Hand. Also wir müssen ja drei beziehungsweise vierhundert Einwohner kriegen. Ich weiß gerade nicht mehr, was bei welchem Achievement unlockt. Für eines brauchten wir vierhundert und für eines brauchten wir dreihundert Einwohner. Ich meine, dreihundert brauchen wir für den Trading Post und für Uneducated und vierhundert brauchen wir für das One with Nature. Meine ich. Kann mich aber auch irren, ich will jetzt gerade nicht nachgucken. Gut, ich denke, in der nächsten Folge bauen wir hier unten noch ein bisschen aus und ich glaube, dann gehen wir Alter, die Leute bauen, ey, wie die Weltmeister. Und ich denke, dann gehen wir vor allen Dingen auch nochmal den Marktplatz an. Ich glaube, das ist ein Projekt, das wir in der nächsten Folge ganz gut angehen können und je nachdem, was unsere Ressourcen danach zu sagen, überlege ich mir vielleicht auch noch mal in eine Townhall hier irgendwo zu denken vielleicht. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Nichtsdestotrotz. Für diese Folge kann ich folgendes machen. Ich sage nämlich, ich bin die Zementinte. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen und zugehört habt und ich weiß nicht, inwieweit ihr meiner Meinung zum Thema Hip-Hop zustimmt oder nicht. Lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Würde mich interessieren. Das ist eine Sache, die ich persönlich auch immer ganz spannend fand und ja, ich bedanke mich dafür, dass ihr zugesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben oder ein Abo da, das wäre schön und ansonsten freue ich mich, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt Banished Achievement Hand mit der Ente und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sage Ciao, ciao!